Lass uns mal heute gemeinsam abwiegen, was das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn du etwas tust und was auch der Best Case, das Beste ist, was passieren kann. Also Worst Case, Best Case. Das wiegen wir mal heute ab. Deswegen erstmal schön, dass du da bist, dass du eingeschalten hast. Danke auch weiterhin für dein Vertrauen, dass du hier bist. Und in diesem Video wird es genau darum gehen, dass wir jetzt einfach mal, dass ich dich motivieren möchte, das zu tun, was du wirklich willst. Weil was ist das, was den meisten Menschen wirklich hemmt? Meine Mutter sagte mir einmal, tue das, was du wirklich willst. Erfolg mit Herz Sie haben Angst davor zu scheitern zum Beispiel. Oder Sie haben Angst davor, sich zu zeigen, was die Leute denken könnten. Angst davor, Geld zu verlieren zum Beispiel für größere Investitionen. Aber jetzt stell dir einfach mal ganz kurz vor, und das ist der Impuls, den ich dir heute geben möchte in diesem Video. Was ist denn wirklich das Allerschlimmste, was im Worst Case Szenario passieren kann in deinem Leben, auf deinem Weg? Zum Beispiel, du möchtest eine Frau oder einen Mann ansprechen. Du möchtest einen Mann kennenlernen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er dir eine Absage gibt, einen Korb. Danach stehst du genauso da wie vorher auch. Es ist nichts passiert. Nur wir Menschen, wir bauen uns dann irgendwelche Geschichten auf. Ja, dazu komme ich nochmal in einem separaten Video. Und machen uns das Leben damit schwer. Oder wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, 3000 Euro für ein Projekt investieren willst, weil du das Gefühl hast, das geht richtig, hast aber Befürchtung, dass wenn es scheitert, dann verlierst du 3000 Euro. Ja, okay, wenn das wirklich eintrifft, was ist das Schlimmste, was passiert ist? Du hast 3000 Euro in Anführungszeichen verloren, weil wenn wir in Fülle denken, können wir gar nichts verlieren. Auch wieder ein anderes Thema. Aber ich muss nicht immer dazu erwähnen, weil sonst kriege ich immer einen Shitstorm. So, hä, wie? Man kann doch gar nichts verlieren. Das weißt du doch, Jonas. Ne, man kann ja nichts verlieren. Also, zurück zum Thema. Das heißt, mal dir wirklich mal, du kannst dir bei jedem Ding, immer wenn du so Befürchtungen oder Zweifel oder irgendwas in diese Richtung hast, dann nimmst du eine Liste, machst hier so ein T. Links trägst du in die Liste ein. Dann, was das Schlimmste ist, was passieren könnte, wenn du das machen wirst und was ist das Beste, was passieren könnte, wenn du das machen wirst. Bleiben wir beim Beispiel, du möchtest einen Menschen kennenlernen, weil er dir gefällt, weil du ihn attraktiv findest. So, das Schlimmste, was passieren kann, habe ich schon gesagt, ist dieser Korb. Okay, das Beste, was passieren kann, ist, dass du mit diesem Menschen den Rest deines Lebens zusammenbleibst. Und zwischen diesen zwei Dingen gibt es natürlich eine riesige Grauzone. Vielleicht ist es ja nur ein paar Dates, vielleicht werdet ihr Freunde, vielleicht habt ihr auch nur eine Affäre, vielleicht seid ihr drei Jahre zusammen und trennt euch dann, was auch immer, es gibt eine riesige Grauzone. Aber, und jetzt wieg einfach mal ab, okay, diesen Menschen jetzt nicht anzusprechen, mit der Option, eine verdammt schöne Zeit zu ihm zu haben und sich da tausend mögliche Dinge zu entwickeln, daraus kann ja unheimlich viel entstehen. Oder eine Sache, du stehst genau an demselben Punkt wie vorher auch. Das ist im Prinzip ein Punkt. Was überwiegt da? Da überwiegt doch diese riesige Grauzone, was passieren kann, wenn der Mensch sagt, ja, lass uns treffen. Im Gegensatz zu, nein, lass uns nicht treffen. Und diese Abwiegung macht es dir leichter zu sagen, verdammt nochmal, ich will den Menschen kennenlernen, ich gehe jetzt einfach hin. Und es ist mir egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Auch wenn du eine Frau bist, kannst du auch zu einem Mann hingehen und den ansprechen. Warum nicht? Darfst du auch mal die Jägerin sein. Okay? Und dann ist diese Entscheidung hinzugehen viel, viel leichter, weil du feststellst, hey, wenn ich den jetzt nicht anspreche, ist der Verlust, den ich habe, oder den ich nie sehen werde, ja, viel, viel höher, wie dass ich nach Hause gehe und genau wieder dieselbe Situation habe, wie da, wo ich auch rausgegangen bin am Abend. Und genauso kannst du dieses Beispiel auf alles übertragen in deinem Leben. Alles, vor was du so Befürchtungen hast, zweifelst, Ängste hast, was auch immer da in deinem Kopf rumschwirrt. Speaking. Ich habe noch ein Beispiel für dich. Jetzt zum Beispiel, klar denke ich so, boah, vor tausend Menschen zu sprechen, obwohl ich ja sehr, sehr Tanz erfahren, Bühnen erfahren bin, ist so für mich so trotzdem Nervenkitzel und da ist ein gewisser Respekt und eine gewisse Furcht auch da, der mich auch abbringen könnte, es nicht zu tun, weil ich sage, nee, hier daheim im Bett und so, Filme schauen ist ja viel geilere Komfortzone. Da muss ich nicht in dieses Außenfeld der Komfortzone gehen. Aber jetzt wiege ich wieder ab, ja, Worst-Case-Szenario, wenn ich es nicht tue, ist das Worst-Case-Szenario, ist halt, dass ich auf der, wenn ich es tue, so rum, wenn ich es tue, ist das Worst-Case-Szenario, dass ich auf die Bühne gehe und vielleicht ein paar Versprecher drin habe, vielleicht meinen Text vergesse, vielleicht ein paar M's drin habe, und dass dann vielleicht danach ein paar Menschen sagen, hey, dein Vortrag hat mir nicht gefallen. Okay, das wäre das Worst-Case-Szenario, aber du wirst dann trotzdem weitergebucht, du bist ja dann nicht weg vom Markt, nur weil du mal einen Vortrag hattest, den du vermasselt hast, sondern das ist halt einfach so und du machst halt einfach weiter. Und damit ist es halt, da brauchst du die Fähigkeit, damit umzugehen, ja, mit Kritik und mit, dass du vielleicht ausgebucht wirst, passiert jetzt eher nicht, aber das wäre jetzt so Worst-Case-Szenario, du wirst ausgebucht und die werfen dich von der Bühne runter und alle Menschen fanden den Vortrag scheiße, das wäre so Worst-Case-Szenario. So. Best-Case-Szenario, du kommst auf die Bühne und du wirst gefeiert und du hast danach 10 Folgebuchungen und du bist danach im Fernsehen, du bist mega präsent und voll, voll geil. Jetzt kannst du wieder abwiegen, wie viel ist mir das eine und das andere wert? Wie viel, wo sind hier diese Grauzonen? Und ich kann dir sagen, ich will immer wieder die Komfortzone verlassen, weil ich immer wieder sage, hey, das Best-Case-Szenario ist, ich werde bekannter, ich mache mehr Verkäufe, ich lerne mehr Menschen kennen, ich kann mehr helfen und mehr geben, ich kann die Welt zu einem Ort machen, an dem ich selbst leben möchte in Zukunft. Und deswegen wiege ich halt immer, wiege ich beide Seiten natürlich ab, aber in der Regel entscheide ich mich, das dann doch immer wieder auch zu machen. ja, also wenn es eine Sache ist, die ich machen will, aber eine Befürchtung habe, es zu tun und deshalb nicht mache. Nicht bei Dingen, die du nicht machen willst, darüber reden wir nicht, wir reden nur über Dinge, die du machen willst. Und viele Menschen sehen immer nur dieses Worst-Case-Szenario, ich verliere etwas, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, diese negativen Glaubenssätze und machen es dann nicht. Und dann bleiben sie stehen, immer Status Quo, Status Quo, und das wäre doch viel zu schade. Deswegen möchte ich dir mal dieses Bild, diese Übung mitgeben, dieses Tool mitgeben, dass du einfach mal abwiegst und schaust, was es mit dir macht. Gerade vielleicht eine aktuelle Situation, in der du bist. Probier das mal aus, lass es mich in den Kommentaren wissen, wie dir dieser Impuls, wie dir dieses Tool gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video und abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, teile den YouTube-Kanal, like das Video, dass es viele, viele Menschen sehen und bis zum nächsten Video. Ciao.